Ich gebe dir heute sechs Tipps, wie du in Logic extrem schnell durch dein Projekt navigieren kannst, denn das ist wichtig und wir starten genau jetzt. Wenn du in Logic effektiv arbeiten möchtest, dann ist es wirklich wichtig, dass du ein paar Navigationsbefehle kennst, wie du zum Beispiel ein paar Takte vor- oder zurückspringst, wie du die Cycle-Funktion einsetzt und so weiter, denn nur so kannst du in Logic effizient arbeiten. Und ich kenne tatsächlich viele Leute, die sich aufregen, weil sie keine Lust haben, die Bedienungsanleitung durchzulesen und die sich dann über Logic oder auch jede andere DAW beschweren und sagen, das ist ja viel zu umständlich, da drin zu arbeiten und das dauert viel zu lang und das finde ich alles blöd. Ja, also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen und Navigationsbefehle, Zoombefehle, das ist sowas wie beim Autofahren, schalten, kuppeln, bremsen, in den Rückspiegel gucken, das ist einfach wichtig, ansonsten kannst du eben auch einfach nicht in Logic zügig arbeiten. Und damit geht es los mit Möglichkeit Nummer eins, durch dein Projekt zu navigieren und das ist, indem du, und das machen viele solcher Leute so, einfach den Cursor setzt. Das heißt, ich möchte jetzt irgendwie an Takt elf und dann setze ich hier den Cursor und dann könnte ich jetzt hier das Projekt starten und jetzt möchte ich aber irgendwie hier an Takt zwölf oder ich möchte hier irgendwo in die Mitte und dann funktioniert das aber nicht richtig und dann ist das extrem nervig, hier nur den Cursor hier über die Maus zu setzen. Und deswegen komme ich gleich zu Tipp Nummer zwei und das ist das Taktweise springen und das funktioniert über die Komma- und Punkttasten. Also wenn ich jetzt hier auf die Punkttaste drücke, auf meiner Tastatur, dann kann ich hier taktweise vorspringen. Wenn ich auf die Kommataste drücke, dann kann ich taktweise zurückspringen. Wenn ich schneller springen möchte, halte ich einfach die Shift-Taste gedrückt und dann springe ich immer acht Takte jeweils vor und acht Takte zurück und das ist schon mal sehr, sehr nützlich, um zügig sich durchs Projekt zu bewegen. Also nochmal, wir nehmen die Komma-Taste, um vorzuspringen, ein Takt, die Punkttaste, Entschuldigung, die Komma-Taste, um rückwärts zu springen. Wenn du die Shift-Taste gedrückt halten, kannst du jeweils acht Takte vor und acht Takte wieder zurück. So weit, so gut, eigentlich ganz einfach. Eine bessere Funktion, das zu machen, ist Wiedergabe ab Auswahl. Wenn du zum Beispiel ab dieser, wenn ich ab dieser Region hier wiedergeben möchte, dann ist es blöd, wenn ich jetzt hier mit meinem Cursor draufspringen muss und deswegen gibt es hier diese Funktion Wiedergabe ab Auswahl. Die kannst du zunächst mal hier oben einstellen. Hier gehst du um über Rechtsklick Steuerungsleiste anpassen und dann hast du hier Wiedergabe ab Auswahl und jetzt siehst du hier einen neuen Knopf oder einen neuen Button, den du bedienen kannst. Wenn du jetzt hier bist, hast du die Region ausgewählt und klickst hier drauf, dann springt er dir zu dieser Region. Ich finde das aber irgendwie so ein bisschen verschwurbelt, hier oben auf so einen Knopf zu drücken und deswegen habe ich mir dafür einen Tastaturkurzbefehl angelegt. Tastaturkurzbefehle legst du dir hier oben an. Du gehst hier einfach auf Logic Pro X, Tastaturkurzbefehle und dann bearbeiten. Und ich möchte jetzt diesen Befehl suchen. Also Wiedergabe ab der Auswahl, das ist hier unten, siehst du. Und ich habe hier den Kurzbefehl zum Beispiel Shift Leertaste. Shift Leertaste habe ich eingegeben und wenn ich Shift Leertaste drücke, dann kommt dieser Befehl. Wie du das machst, dass du dir der Tastaturkurzbefehl der eigene festlegst, funktioniert einfach so. Ich gehe mal einfach hier auf den und dann gehst du auf Tasten Position lernen. Mal angenommen, ich wollte jetzt hier dafür einfach Ö eingeben. Dann halt jetzt Locator Punkte setzen und ab Wiedergabe starten wäre jetzt Tastaturkurzbefehl Ö. Und löschen kann ich es einfach wieder hier. So einfach legst du dir Tastaturkurzbefehle an. Das ist in Logic wirklich ganz easy. Also wenn ich jetzt in meinem Fall hier ab dieser Region abspielen möchte, drücke ich auf Shift Leertaste und er spielt mir ab hier ab. Das ist wirklich sehr, sehr nützlich, weil in dieser Situation bist du einfach auf, dass du ab Regionen oder ab bestimmten Regionen eine Wiedergabe starten möchtest. Eine weitere riesengroße Hilfe beim Navigieren durch Logic und beim Arbeiten mit Logic ist der Cycle-Bereich. Den aktivierst du hier über C oder indem du einfach draufklickst. Und dieser Cycle-Bereich besagt jetzt, dass hier geloopt wird. Das ist so eine Art Loop-Bereich. Wenn ich also jetzt hier abspiele, dann spielt er mir nur diesen Bereich ab, in dem der Cycle-Bereich aktiviert ist und fängt dann wieder von vorne an. Wenn wir jetzt stundenlang so machen, ob es gesund wäre, weiß ich nicht. Aber das ist dieser Cycle-Bereich. Und hier kannst du einen bestimmten Bereich festlegen. Das ist sehr nützlich, wenn du einen bestimmten Bereich zum Beispiel abmischen möchtest und immer nur diesen Bereich anhören möchtest, dann benutzt man das zum Beispiel sehr oft. Also das kannst du über Tastaturkurzbefehl C anmachen oder ausmachen. Und du kannst auch einfach draufklicken mit der Maus. Jetzt wäre es natürlich aber sehr geschickt, wenn ich jetzt zum Beispiel über diesen Bereich hier den Cycle-Bereich möchte, geht es jetzt hier wieder los. Jetzt muss ich hier, ich habe zwar hier diese Hilfslinien, aber jetzt muss ich hier relativ genau zielen schon. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und jetzt wäre es gut, einen Tastaturkurzbefehl zu haben, der das automatisch macht, der mir die Locator-Punkte automatisch über diese Region hier setzt, über die markierte. Und natürlich gibt es diesen Tastaturkurzbefehl. Und das ist bei Logic voreingestellt, glaube ich, schon U. Ich gehe jetzt hier drauf. Ich drücke auf U. Und jetzt hat er mir den Cycle-Bereich, ich kann die Spur mal nach oben ziehen, hat er mir hier drüber gesetzt. Aber du siehst, dass er mir das nicht genau drüber gesetzt hat, sondern er hat das taktweise, er ist beim nächsten Takt eingerastet. Diese Region geht jetzt aber nicht, also ist größer als ein Takt, er geht über einen Takt hinaus. Und über den Tastaturkurzbefehl U macht er das jetzt also nur grob. Ich kann jetzt auch nochmal hier drauf gehen, ich drücke wieder Tastaturkurzbefehl U. Jetzt geht er mir hier auch wieder drüber. Aber auch diese Region ist nicht ganze Takt hier lang, deswegen macht er mir das nur grob. Genauer kannst du das machen, wenn du jetzt also möchtest, dass er genau über diese Region geht, machst du das über Command-U. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, zack, jetzt habe ich Command-U gedrückt. Und jetzt siehst du, dass er hier ganz genau drauf ist, obwohl es nicht genau taktweise ist. Wir können es ja auch nochmal machen, ich drücke Command-U. Und jetzt ist er mir genau drüber. Das ist also ein sehr, sehr nützlicher Befehl, wenn du ganz genau über Regionen drüber die Cycle-Funktion haben möchtest, auch wenn sie nicht jeweils auf einen Takt enden oder anfangen. Ein kleiner Bonus-Tipp hier noch zu dem Cycle-Bereich, den kannst du auch sehr gut zum Arrangieren nutzen, wenn du zum Beispiel einen Bereich überspringen möchtest. Das kann nützlich sein beim Arrangieren, wenn du dir zum Beispiel anhören möchtest, was passiert oder wie klingt der Song, wenn ich eine bestimmte Region auslasse, einen bestimmten Part auslasse. Und auch das kannst du machen, indem du die Command-Taste gedrückt hältst und dann auf den Cycle-Bereich gehst. Und was jetzt passiert ist, dass er diesen Bereich komplett überspringen wird. Ich spiele mal hier den Song ab. Zack, nochmal, hast du es gesehen? Jetzt hat er also diesen Bereich übersprungen, über den ich diesen Cycle, diese Locator-Punkt, Entschuldigung, gesetzt habe. Das ist wirklich nützlich beim Arrangieren, wenn du schauen möchtest, hey, klingt der Song eigentlich auch ohne diesen Part gut, ist der Part vielleicht zu viel. Zurückkommst du wieder über Command und draufklicken, dann hast du wieder deine normalen Locator-Punkte. Also das ist auch ein sehr nützlicher Befehl zum Arrangieren. Eine noch mächtigere Waffe, sage ich mal, sind die Locator-Punkte oder ist die Cycle-Funktion in Verbindung mit Markern. Du kannst dir in Logic Marker setzen, indem du hier oben auf dieses Symbol klickst. Und jetzt kann ich mir Marker setzen, zum Beispiel, wenn ich weiß, wo die Song-Parts sind. Ich habe hier bei meinen Drums, da weiß ich, dass die hier so schon geschnitten sind, dass ich hier die einzelnen Song-Parts, dass die dazu passen. Wenn ich jetzt hier diese Region hier auf meine Marker ziehe, das ist hier mein Marker-Bereich, ups, wenn ich jetzt diese Region einfach hier hochziehe, schwupps, in den Marker-Bereich und loslasse. Jetzt habe ich hier die einzelnen Song-Parts. Ich könnte die jetzt hier noch beschriften, zum Beispiel Intro, was weiß ich, Vers 1 machen wir mal kurz, vielleicht hier Lift und hier Chorus 1, stark verkürzt hier jetzt. So, jetzt weiß ich praktisch, weil ich hier Marker gesetzt habe, weiß ich, wo welcher Song-Part ist und zum Arrangieren oder zum Mischen kann das sehr nützlich sein, wenn du jetzt hier über diese einzelnen Song-Parts direkt drüber springen kannst und auch das funktioniert und zwar mit dem Befehl Shift-Command-Pfeil. Ja, Shift-Command-Pfeil. Was jetzt passiert ist, dass hier der Locator-Bereich aktiviert worden ist und wenn ich jetzt Shift-Command gedrückt halte und mit dem Pfeil nach vorne oder nach hinten springe, dann geht der Cycle-Bereich immer über den nächsten Song-Part. Nehmen wir mal an, ich bin hier hinten jetzt, kann ich das jetzt abspielen, indem ich einfach die Leertaste drücke. Ich möchte jetzt aber zu Chorus 1, jetzt springe ich hier hin, zack, ich bin bei Chorus 1. Jetzt möchte ich schnell beim Intro was schauen, zack, bin ich beim Intro. Und das ist jetzt ein richtig mächtiges Tool, um im Arrangement schnell zu arbeiten, schnell zu navigieren, beim Mixing oder auch beim Songwriting. Übrigens, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft. Jetzt noch ein Bonus-Tipp und zwar bin ich oft gefragt worden nach dem sogenannten Super-Zoom, den ich oft in meinen Tutorials anwende. Der Super-Zoom ist, wenn du sehr, sehr schnell in einem bestimmten Bereich einzoomen kannst. Das erreichst du zum einen, wenn ich hier ins Arrangement-Fenster klicke, das siehst du jetzt hier meine Maus, wenn ich jetzt hier Alt gedrückt halte, dann wird mein Mauszeiger zu einer Lupe und wenn ich jetzt über diesen Bereich hier ziehe, sagen wir mal über den Bereich, dann kann ich hier sehr schnell einzoomen über einen bestimmten Bereich. Das funktioniert aber nicht, wenn ich mich hier über einer Region direkt befinde. Ich denke mal, das liegt an den Klickzonen. Wenn ich jetzt also hier Alt drücke, dann siehst du die Lupe nicht. Hier unten siehst du sie. Hier könnte ich jetzt einzoomen. Aber hier, wenn ich jetzt hier Alt-Taste, die Alt-Taste gedrückt halte, dann funktioniert das nicht. Wie es aber funktioniert, ist über Control Alt. Also du hältst nicht nur Alt gedrückt, sondern Control dazu. Und jetzt siehst du, dass ich trotz, dass ich über eine Region bin, wenn ich hier nur Alt gedrückt halte, dann Control Alt, siehst du, dass ich trotzdem die Lupe kriege. Jetzt kann ich hier ganz genau einzoomen und kann das Spiel hier auch immer weiter treiben, wenn ich irgendwelche Wellenformen hier ganz genau beobachten will. Und zurück komme ich über den Tastaturkursbefehl Z wieder, sodass ich mein komplettes Arrangement sehe. Wenn du dich für die Arbeit mit Logic interessierst und wie du effizienter in Logic arbeiten kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic Workflow Checkliste. Die kannst du dir runterladen. Die habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn dir das Video gefallen hat über einen netten Kommentar, über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!